Du willst Erfolg im Trainer-Business, dich weiterentwickeln und noch besser werden und dadurch dann deine Traumkunden anziehen und mehr verdienen? Dann bist du hier genau richtig. Ich bin Katja Kraumann und ich zeige dir, worauf du dich fokussieren solltest und mit welchen Strategien du dein PT-Business aufs nächste Level bringst. Viel Spaß! Das Thema Selbstständigkeit ist ganz eng verknüpft mit dem Thema Steuern. Und das ist ein Steuerdschungel, wie ich auch schon in der Headline geschrieben habe. Denn wenn man sich nicht mit dem Thema auskennt, ist es nicht ganz so einfach wirklich durchzusehen. Wo muss ich wie, was, wo Steuern zahlen? Wie kann ich was gegenrechnen? Was muss ich direkt versteuern? Was gibt es für verschiedene Arten der Steuergeschichte? Also hier möchte ich Licht ins Dunkel bringen mit Andreas Inderau. Er ist derjenige, der mich in meinen Steuersachen auch berät. Und ja, ich wünsche dir ganz viel Spaß. Kleiner Hinweis noch für alle Newsletter-Abonnenten. Kein Stress, wenn viele Infos sind und ihr nicht mitschreiben könnt. Im Newsletter mache ich das automatisch wieder, dass ihr die Zusammenfassung in PDF-Form auch nochmal im Newsletter geschickt bekommt. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und ja, bis bald! Ich habe es, glaube ich, in einem der vorherigen Posts oder Podcasts schon mal erwähnt. Ich habe ganz viele Fragen immer zum Thema Steuer und so die ganzen grundsätzlichen Dinge, gerade von den Trainern, die sich aus einem hauptberuflichen oder aus einem hauptberuflichen Angestelltenverhältnis so langsam in die Selbstständigkeit begeben. Und hier muss man natürlich sagen, klar, das ist jetzt kein Ersatz für einen eigenen Steuerberater. Und es geht jetzt auch nicht darum zu sagen, hey, das ist jetzt Recht und Gesetz. Aber es geht darum, dass du dir im Vorfeld schon mal, dass sich einfach so ein paar grundlegende Fragen einfach klären und dass du ein bisschen mehr Durchblick durch diesen ganzen Steuerdschungel hast und diese ganzen Regularien, die damit zusammenhängen, weil es ja doch ein ziemlich weites Feld ist. Und es macht einfach mehr Sinn, wenn du im Vorfeld schon so ein bisschen eingegrenzt hast, was ist überhaupt für mich zutreffend, dann kannst du natürlich da noch mal ganz gezielt mit deinem Steuerberater, mit dem Finanzamt oder mit wem auch immer noch mal Fragen auch klären. Und dafür habe ich einen Gast heute jetzt neben mir sitzen. Das ist nämlich mein Vertrauens-, Steuer-, Buchhaltungs-, Hilfs-, was auch immer, Mann für alles. Andreas in der Au. Und Andreas in der Au oder kurz Aida, wie er auch genannt wird, ja, der kennt sich da zum einen super gut aus, zum anderen ist er ein ganz, ganz lustiger Typ, das wirst du dann noch mitkriegen. Macht übrigens auch Poetry Slam, weil es ihm einfach total Spaß macht. Also von daher ist das mit dem Lustigsein und drumherum ein bisschen unterhaltend vermittelnd auch ja eigentlich schon fast klar. Und das ist letztendlich auch das, was zum Beispiel ihn dazu immer wieder befähigt oder wo es halt auch eingeladen wird auf Veranstaltungen wie zum Beispiel unsere Ignition, also die Thüringer Gründermesse, um eben im Poetry Slam Style das Thema steuern unter die Männer und Frauen und jungen Existenzgründer zu bringen. Und das ist eigentlich schon, das muss man erst mal können, auch so ein trockenes Thema ganz lustig rüberbringen. Und das finde ich gut und dachte so, hey, das passt doch auch für den Podcast. Heute werden wir also einfach mal ein paar grundlegende Dinge klären. Und Andreas stellt sich mal kurz vor, beziehungsweise was hat dich in diese Richtung Steuer eigentlich getrieben? Also was hast du, was machst du eigentlich so? Oh, schöne, gute Frage, sehr gute Frage. Hallo, ich bin Andreas Inder, auch unser AIDA. Ja, ich bin Diplom-Finanzwirt. Ich war Vertreter des Landes Baden-Württemberg in der Bundesarbeitsgruppe Einkommensteuer. Habe also auch einige Formulare selber mitentwickelt. Sorry dafür. Bin dann aber irgendwann nach Thüringen, ich war damals Baden-Württemberg, bin nach Thüringen zurückgezogen. Und war dann erstmal bei der Steuerberaterkanzlei, habe dort als Steuerberater ein bisschen gearbeitet. Und habe dann gedacht, ach na ja, mache ich mehr Poetry Slam und habe dann mehr Poetry Slam gemacht. Und dann kamen irgendwann die Künstler und haben gesagt, hey Andreas, ja mal fahren, du hast ein bisschen Ahnung von Steuerrecht, kannst du uns ein bisschen helfen? Und da fing es an, dass ich so ein paar Workshops gegeben habe, Grundlagen Steuerrecht für Künstler. Weil man muss sich so vorstellen, die haben keinen Businessplan, sondern irgendwann mit ihrer Kunst konnten die davon leben. Auf einen Schlag so, ach krass, ich mache das, was ich will und verdiene damit mein Geld. Und da muss man erstmal erklären, was für Steuerarten es gibt und so ein paar grundlagende Sachen. Ja, und dann habe ich mich irgendwann daran selbstständig gemacht. Weil die ganzen Künstler wollten immer mehr Betreuung, immer mehr Nachfrage und Angebot Nachfrage. Ist halt, ja, war ein großer Schritt vom Beamtentum zur Selbstständigkeit. Meine Mutti hat es nicht so gefeiert, aber jetzt bin ich doch ganz glücklich. Und das ist ja letztendlich genau das, wo es vielen Trainern auch so geht, die dann sagen, hey Sport, das ist einfach mein Hobby, das mache ich nebenbei vielleicht schon sehr lange. Ich bin auch gut drin, ich kriege ein gutes Feedback. Das ist eigentlich so das, was ich gerne auch hauptberuflich machen möchte. Oder jemand kommt aus dem Grundberuf, ist aber vorher angestellt. Und dieses, ich mache das jetzt auf eigene Vos, weil ich möchte mein eigener Chef sein, das sind natürlich bei vielen so diese Hauptbeweggründe. Also am Ende auch ähnlich wie bei einem Künstler, das ist ja so mein Hobby und ich will das jetzt zum Job machen. Und klar, wer sich im Sport gut auskennt, muss sich nicht zwangsläufig mit diesem ganzen Steuergedöns auskennen. Und ja, dafür gibt es ja Menschen wie dich, die dann ein bisschen aufklären. Und da hatten wir ja schon mal so die Grundfragen. Und mir geht es da zum Beispiel auch mal, was ganz oft gefragt wird, das Thema Freiberuflichkeit und Gewerbe. Was ist denn da so der Unterschied oder wie, was sagst du jetzt? Ja, also einmal war ich vorbereitet, deswegen überraschend mal. Hier gibt es auch eine schöne Eselsbrücke, die heißt, werblich alles, was du mit der Hand machen kannst und freiberuflich alles, was du mit dem Kopf machen kannst. So als wenn du Künstler bist und über Nacht denkst, wow, hier, ich habe eine tolle Idee und mal da was. Ist künstlerisch, ist dementsprechend freiberuflich. Wenn du es mit der Hand machst, zum Beispiel das Handel betreibst, Handel, Gewerbe, da ist auch Prostitution, ist natürlich auch dann, ich habe nur so schlechte Beispiele. Okay, also wenn du auch Waren zum Beispiel in deinem Studio verkaufst, dann musst du dafür einen Gewerbeschein haben. Genau, dann ist es gewerblich. Solltest du aber auch, wenn du Kurse anbietest, wenn die individuell sind, die Kurse individuellen, Kurse für deine Leute, ist auf jeden Fall eine Trainer, freiberufliche Tätigkeit, machst du auch immer dasselbe Programm, ein standardisiertes Programm, wie man so sagt. Also ich mache immer denselben Zwei-Schritt-Kurs, das ist mein Ding, das mache ich immer durchgehend, egal wer da ist. Dann kann es irgendwann natürlich auch zu einer gewerblichen Tätigkeit sein, weil es immer standardisiert ist. Man kann sich vorstellen, wie zum Beispiel der Künstler, der einen Stuhl designt, und das ist natürlich das Kunstwerk, da kommt Ikea und produziert den 10.000 Mal diesen Stuhl und verkauft ihn, da kann man nicht mehr von einer künstlerischen Tätigkeit ausgehen. Und so ist es auch, wenn man zum Beispiel Vorträge hält, wenn man also standardisierte Workshops macht, also individualisierte Workshops gibt, immer so eine gewisse Lehrertätigkeit, man muss sich individuell darauf einstellen, etc. Wenn du aber immer nur das gleiche Programm, das gleiche Produkt verkaufen möchtest, dann bist du wieder in der Gewerblichkeit. Das Finanzamt übrigens, ganz wichtiges Funfact, das Finanzamt möchte immer, dass ihr zum Gewerbeschein wechselt, dass ihr immer Gewerbeamt, also ihr wollt immer so ein Gewerbeamt machen wollt, ich muss gerade ein bisschen überlegen, wie ich meine Sätze zu Ende bringe, aber sobald das irgendwann klar ist, werde ich mir um. Wird das schon irgendwann klappen, ich muss mich erst eingewöhnen, ich rede selten ein Mikrofon hinein. Das macht nichts, das ist eine Wohlfühlzone verlassen, das ist eine Garn, das ist eine wichtige Geschichte, das mit dieser Komfortzone ausweiten. Das heißt, was ist der Vorteil vom Finanzamt gesehen, wenn du ein Gewerbe hast und nicht freiberuflich bist? Es ist so, dass das Finanzamt dich dazu leiden möchte, gewerblich zu sein, damit du, wenn du über 24.500 Euro Gewinn haben solltest, dann fängt die Gewerbesteuer an. Es gibt also einen Freibetrag von 24.500 Euro, solange es eigentlich egal, ob du freiberuflich oder gewerblich bist. Sobald du diesen Gewinn überschreitest, was vielleicht bei, manchmal passiert das, manchmal passiert so ein One-Hit-Wonder, irgendwas verkauft sich super toll, du hast 60.000 Euro Gewinn und denkst so, juhu, juhu. Und es hat noch einen zweiten Vor- und Nachteil, wenn du 60.000 Euro Gewinn haben solltest oder 600.000 Euro Umsatz, musst du bilanzieren, wenn du gewerblich bist. Wenn du also freiberuflich bist und hast eine Million Euro Umsatz, ist es total egal. Du kannst Millionär werden mit Freiberuflichkeit, es würde niemals Gewerbesteuer und niemals eine Bilanzierung zuständig sein. Das Schöne ist auch, wenn man nicht bilanzieren muss, spart ihr euch auch den Steuerberater tatsächlich, weil die sind nur Pflicht bei Bilanzierenden. Und ich muss auch sagen, das können ja sehr teure Angelegenheiten sein. Vor allem, wenn man bilanziert und bucht, kann so 3.000, 4.000 Euro mindestens sein, dass man sich so ein bisschen überlegt, lohnt sich das jetzt schon ganz groß im Gewerbeamt hier mit bilanzieren? Oder versuche ich erstmal, weil ich ja noch gar keine Einnahmen habe, das erstmal so noch selbst zu helfen. Deswegen ist Freiberuflichkeit. Wie sieht das dann mit der Umsatzsteuer aus? Also die 19% Mehrwertsteuer jetzt vielleicht für den Hörer jetzt auch, macht das einen Unterschied, wenn ich freiberuflich bin oder ein Gewerbe habe? Ob ich das angeben oder wieder zurückholen kann bei Ausgaben? Das ist natürlich eine ganz andere Steuerart jetzt. Also wir haben natürlich die Gewerbesteuer jetzt gerade besprochen. Dann gibt es auch noch die Einkommenssteuer, die Umsatzsteuer. Und natürlich, wenn man im schlimmsten Fall muss, muss man ja alle drei Steuern zahlen. Das ist immer so, was? Es gibt noch mehr, es gibt noch mehr Hundesteuer und alles, aber das kommt jetzt nicht zur Selbstständigkeit dazu. Die Umsatzsteuer, wie der Name schon sagt, bemüht sich an Umsatz. Das Witzige ist, die deutsche Umsatzsteuer ist dasselbe wie die europäische Mehrwertsteuer. Also wir müssen keine Ahnung, dass wir Mehrwertsteuer und Umsatzsteuer zahlen müssen, es ist gesagt auch dasselbe. Es ist, vielen Dank, mal Ahnung, was sind da die Mehrwertsteuer und die Umsatzsteuer, wo ist der Unterschied? Es ist genau das Gleiche. Deswegen können wir hier, ob eine Mehrwertsteuer oder Umsatzsteuer sagen, ist egal. Die Umsatzsteuer bemisst sich. Also so ist es, dass alle Unternehmen müssen Umsatzsteuer ausführen, abführen und einnehmen und wieder abführen. Aber das ist natürlich ein Riesenaufwand, wenn du verkaufst einen Pulli und das müsstest du auf eine Mehrwertsteuer machen, eine Umsatzsteuerprüfung oder eine Umsatzsteuererklärung abgeben, kannst du die Vorsteuer ziehen von den ganzen Sachen, so ein Riesen-Hack-Mack. Und dieser bürokratische Mehraufwand ist so viel anstrengender, als das, was eigentlich aufwendiger als Wert ist. Und da hat man gesagt, okay, alle, die unter 17.500 Euro Umsatz haben, Umsatz nicht gewinnen, also das man einnimmt, wer unter 17.500 ist, der hat ein Wahlrecht, ob er Umsatzsteuer machen möchte oder nicht. Er kann sagen, optiere nach § 19 Kleinunternehmerregelung. Dementsprechend macht man es aus Vereinfachungsgründen und sagt, hey, bin ich unter 17.500? Prima, mache ich keine Mehrwertsteuer. Sollte man unter 17.500 sein und trotzdem die Mehrwertsteuer ausführen wollen, ist man aber verpflichtet, fünf Jahre lang die Mehrwertsteuer abzuführen und durchgehen. Es ist also eine eigene Entscheidung und eine Messungsgrundlage. Wenn ich viele Ausgaben habe, lohnt es sich tatsächlich, die Mehrwertsteuer zu ziehen, weil man da auch die Vorsteuer ziehen kann von den Sachen, die ihr gekauft habt. Wenn ihr aber mehr Einnahmen habt und weniger Ausgaben, lohnt es sich tatsächlich, erst mal den Ball flach zu halten und die Mehrwertsteuer außen zu lassen, weil auch der bürokratische Wahnsinn dann erst mal vorbei ist. Dann habt ihr nur Brutto und alles ist einfacher. Genau, also am Ende, und das ist halt nochmal so für das Rechnen eine wichtige Geschichte, für den Endkunden, also wenn ihr mit dem Training, also ja, einem Endkunden ein Personal Training macht, ist es dem ja egal, ob ihr jetzt eine Mehrwertsteuer damit ausweist auf der Rechnung oder nicht. Im Normalfall kann er das Training jetzt nicht irgendwie mit gegenrechnen. Es sei denn, ihr habt viel mit Firmen zu tun, dann könnte das für eine andere Geschichte sein. Aber für alle die, die wirklich hauptsächlich Endkunden haben, ist es den Endkunden egal. Für dich ist es dann nicht unbedingt egal, denn das wäre so das Beispiel, wenn wir sagen, du möchtest 100 Euro für ein Personal Training als Preis ansetzen und die 100 Euro sind jetzt Brutto, dann heißt es, wenn du als Kleinunternehmer giltst, sind die 100 Euro deine. Du musst also davon jetzt keine 19% Mehrwertsteuer abführen, wenn du aber nicht mehr unter diese Kleinunternehmerregelung fällst, dann führst du davon 19% ans Finanzamt ab. Oder wenn du das eben netto behalten möchtest, müsstest du dann 19% obendrauf schlagen und dann macht das für den Endkunden natürlich einen höheren Preis. Also von daher, gerade für die, die sich vielleicht auch nebenberuflich selbstständig machen und das langsam aufbauen, ist es durchaus überlegenswert, dann zu sagen, ich fange erst mit der Kleinunternehmerregelung an. Wenn irgendwann mal die Umsätze größer werden, wird das Finanzamt eh anklopfen und sagen, ach übrigens, jetzt sind sie nicht mehr Kleinunternehmer, jetzt sind sie also umsatzsteuerpflichtig. Wieder zurückgehen im Nachgang, hat Andrea schon gesagt, geht eben nicht. Also das war bei mir damals so ein bisschen das Problem, dass mein allererster Steuerberater mich, als ich nur nebenberuflich selbstständig war, gleich komplett als umsatzsteuerpflichtig angemeldet hat. Und damit war ich natürlich verpflichtet, vom ersten Euro Umsatz dann schon 19% abzuführen, was eigentlich damals total blöd war. Ich hatte gar nicht so viele Ausgaben und hatte auch nicht so viel Umsatz. Also ich war weit unter den 17.500 Euro, als ich das eben neben meinem 40-Stunden-Job noch nebenbei gemacht habe. Und das war dann ein bisschen schade. Ich konnte dann einfach nicht mehr zurück. Ja, genau. Das ist ziemlich schade, wenn sowas passiert. Das ist auch das, wo man denken muss, was denn die Absicht war? Warum macht man denn das? Natürlich sind das wieder mehr Buchungen. Da muss man ja nicht nur Kasse an Auto, sondern Kasse an Auto und Kasse an Umsatzsteuer zum Beispiel. Da hat man auch immer, oh, zwei Buchungen gezaubert. Also doppelt so viel Arbeit. Ja, genau. Das ist dann immer, also auch da natürlich Bedenken. Und das ist vielleicht auch nochmal so ein wichtiger Hinweis. Der Steuerberater, den bezahle ich nicht nach dem Gewinn, den ich mache, sondern häufig entweder nach dem Umsatz, dass er da prozentual bestimmte Sätze hat oder eben auch oder und auch zum Teil mit den Buchungen. Also wie viel Ein- und Ausgänge habe ich? Wie viele Zahlungen habe ich? Wie wird das verbucht? Also wenn ihr da euch einen Steuerberater sucht, also guckt auch wirklich genau, wie wird da abgerechnet? Was wird in Rechnung gestellt? Dass dann am Jahresende im schlimmsten Falle nicht irgendwie plötzlich die Augen groß werden, weil man mehr Kosten hat, als man dann am Ende selber an Einkünften hat. Oder die Telefonkosten. Ja. 120 Euro hat ein Mandant von mir mal gehabt. 120 Euro Telefonkosten und Steuerberater. Wie lange habt ihr telefoniert? Genau. Also das ist dann auch so schön, das hatte ich dann auch mal. Dann hieß es irgendwie, ja, wir haben da vom Finanzamt ein Schreiben bekommen. Da wurde das und das nachgefragt. Und dann hat er, sollen wir das jetzt mal anrufen und klären oder wollen sie das machen? Und ich so, na, ich habe da jetzt nicht so viel Ahnung. Es wäre schon schön, wenn sie das machen. Zack, 30 Euro Kosten nochmal drauf. Wenn man das vorher nicht weiß, kann das auch so ein bisschen so, okay, schwierig sein. Gerade wenn man halt am Anfang ist und da die 30 Euro noch ein bisschen mehr wehtun als vielleicht später. Also von daher einfach auch mal bedenken, wie wird das Ganze auch verrechnet? Und es ist halt nicht verpflichtend. Das ist gleich noch ein ganz wichtiger Punkt, dass man eben nicht einen Steuerberater unbedingt braucht, wenn man ein bisschen sich reinliest oder mit, ja, wir gehen ja ein bisschen weiter und was man rausgeben kann und so, dass man da zumindest diese ersten paar Monate so ein bisschen auch davon selber ersobieren kann. Also wie gesagt, als erster Tipp schon mal, überlege dir, wenn du dich nebenberuflich erstmal selbstständig machst, dass es sehr viel Sinn macht, das erstmal unter der Kleinunternehmerregelung zu machen, dass du keine Mehrwertsteuer abführen musst oder Umsatzsteuer. damit kannst du schön diese Einnahmenausgaben über Einnahmenüberschussrechnung 1, 2, 3, also quasi wirklich Einnahmen und Ausgaben gegenrechnen und kannst es relativ easy gestalten. Wenn du schon weißt, dass der Umsatz höher wird, weil du vielleicht auch schon weißt, dass du mehr Umsätze machst oder eben das hauptberuflich machst, dann halt eben überlegen, schon mal geht es in die Freiberuflichkeit, geht es in das Gewerbe, also was mache ich da? Da kannst du dich natürlich auch nochmal beraten lassen, wer wäre noch ein guter Ansprechpartner um so diese Unterscheidung, ist das, was ich jetzt vorhabe? Also zum Beispiel miete ich mir Räumlichkeiten an, mache ich jetzt dies oder jenes noch, ob das jetzt Richtung Gewerbeanmeldung oder Freiberuflichkeit geht, wer wäre da noch so ein guter Ansprechpartner, um sich sinnvoll beraten zu lassen? Hast du da einen Tipp? Also es gibt das Steuergesetzbuch tatsächlich, § 18 zeigt die ganzen Berufsgruppen, die sozusagen freiberuflich sind, definitiv und die es nicht sind, sind ja § 15 gewerblich, das kann man erstmal so festsehen, man könnte auch zum Gewerbeamt gehen, tatsächlich bin ich da hingegangen, habe dann damals gefragt, wie ist denn das? Und da haben die auch gemeint, nee, das ist da nicht unser Ding, das ist nicht ganz safe. Im Zweifelsfall geht man einfach, geht ihr davon aus, dass es freiberuflich ist. Und wenn das Finanzamt das anderes feststellen sollte, und ihr noch nicht über 24, 5 seid, dann ist es erstmal auch irrelevant, und die werden sich dann schon bei euch melden, wenn da irgendwas dem komisch vorkommt. Im Zweifelsfall ist das eigentlich auch egal. Okay. Vielleicht dann noch als kleiner Spoiler oder nochmal Zwischenruf, wo es nochmal eine Unterscheidung gibt, beziehungsweise wo man nochmal genau gucken muss, aber das ist jetzt nicht das Thema von heute, da gehen wir vielleicht irgendwo anders nochmal drauf ein, ist die Rentenversicherungspflicht. Das ist nochmal ein anderes Thema, hat aber auch so ein bisschen was mit diesem freiberuflich sein und was mache ich denn da wirklich als Trainer auch. Aber das ist wie gesagt nochmal eine separate Geschichte. Ja, da bin ich als Künstler zum Beispiel in der KSK drin, da bin ich Rentenversicherungspflichtig tatsächlich als Künstler und das ist dann auch wichtig für die Elterngeldberechnung etc. Also es gibt auf jeden Fall immer, also man steuert, steuert es übrigens auch nur ein Lenkungsinstrument, also man kann das, es ist nicht das Ende non plus ultra, wenn man dann sagt, okay, ich möchte ein höheres Elterngeld, kann man da auch mehr Gewinn geben und genau, also wie man das noch so ein bisschen steuern kann, die Steuer, da kommen wir nochmal drauf, wenn wir erstmal so ein paar grundlegende Dinge nochmal geklärt haben. Also du weißt jetzt erstmal unter 17.500 Euro Umsatz, Kleinunternehmerregelung, alles was drüber ist, gilt nicht mehr als Kleinunternehmer, ist alles so umsatzsteuerpflichtig. Andreas hat schon angesprochen, dass es unterschiedliche Steuerarten gibt, da haben wir zum einen eben die Umsatzsteuer, was auch die Mehrwertsteuer ist, du hast die Gewerbesteuer angesprochen, die über diese 24.500 Euro Gewinn ist, das ist jetzt wieder unterschiedlich, vielleicht da gleich nochmal zur Unterscheidung, Umsatz ist wirklich alles was reinkommt? Also Umsatz ist Einnahme, also auch noch andere Begrifflichkeiten, Definition ist immer ganz, ganz wichtig, die meisten wollen immer Einkommen haben und Einkommen ist aber die Einkünfte und Einkünfte ist der Gewinn. Das heißt, ihr habt also den Umsatz, die Einnahmen abzüglich der Ausgaben, Betriebsausgaben ist gleich Gewinn, ist gleich Einkünfte, ist gleich Einkommen. Das sind immer ganz wichtige Begrifflichkeiten, die man erstmal drinnen haben muss und bis auf die Umsatzsteuer bemessen sich die meisten Steuern nach dem Gewinn, nach den Einkünften. Das heißt, Einnahmen minus Ausgaben gleich das, was ihr übrig habt, was ja auch fair ist. Genau. So hat man ja reintürredig, kriegt man vielleicht Beispiel jetzt, man hat 100.000 Euro, dafür muss man aber alle Leute bezahlen, bezahlt dann alle anderen Leute und kriegt dann nur noch eine Zollung. und Räumlichkeiten und dies und jenes und dann bleiben vielleicht 20.000 übrig im Jahr und das ist dann am Ende der Gewinn und das ist dann das Einkommen, wie du schon gesagt hast. Das heißt, auf diesen Gewinn Schrägstrich Einkommen kommt dann die Einkommensstelle Einkommenssteuer drauf. Wie es der Name schon sagt, es ist fast schon zu einfach. Wenn man einmal den roten Faden hat. wenn man einmal weiß, wie man gucken muss, dann passt das natürlich. Und die Einkommenssteuer, die ist jetzt ab 2018 hat man einen Grundfreibetrag von 9.000 Euro. Das heißt, solange ihr nicht 9.000 Euro Gewinn übersteigt, zahlt ihr keinerlei Einkommenssteuer. Erst wenn ihr drüber seid, fangt ihr dann mit 14% an und das dann progressiv geht es dann nach oben und irgendwann seid ihr oder Exponential. Irgendwie so ein cooles Wort, was voll klug klingt. Es geht ja immer höher. Der Steuersatz fängt bei 14% an und geht dann bis zu 48% hoch, wenn ihr jetzt 250.000 Gewinn habt. Solltet ihr also 250.000 Gewinn haben, legt euch mal lieber 50% davon weg, das ist nicht euer Geld. Das ist der Grund, warum so viele coole Rapper irgendwann immer im Knast landen. Weil die kriegen immer so eine Million und sagen, wuh, eine Million, aber vergessen, dass davon 500.000 Euro wuh, der Staat tanzt dann dabei. Und das muss man halt wissen. Wenn weg, dann weg. Genau. Also wenn ihr mal einen großen Deal auf einmal an Land zieht, nehmt am besten 50%, also wenn ihr so viel habt, dann 50% weg, ansonsten reichen 20, 30%, die ihr euch auf die sichere Seite legt, dann habt ihr beim Finanzamt erstmal keine Schulden oder wisst zumindest, dass sie das noch was bekommen, weil das ist immer der Trick, wenn man Arbeitnehmer war, wie es ja anscheinend so die meisten sind, dann macht das der Arbeitgeber für euch. Da kommt der Arbeitgeber und wählt dann Lohnsteuer ein. Lohnsteuer wird wie Einkommenssteuer verrechnet, also genau dieselbe Steuer, nur halt anders benannt, weil es der Arbeitgeber halt macht. Dann habt ihr immer so ein Brutto-Netto. Also das, was ihr auf dem Konto habt, ist Netto und was ihr eigentlich bekommen solltet, ist Brutto. Und da denkt man immer so, ja, als Arbeitnehmer habe ich halt mein Netto, fertig ist der Lack, man freut sich. Aber eigentlich hinter dem ganzen Netto wird ganz viel abgezogen. Das macht dann mit der Selbstständigkeit keiner mehr für euch. Da gibt es kein, schnell wo, du machst dein Personal Training, er gibt dir 100 Euro und sagt, hier sind aber nur 60, weil 40 werde ich noch dem Staat geben. Das macht niemand. Du kriegst die 100 Euro direkt in die Hand und jetzt muss man, entweder macht man so klug und legt 19% Mehrwertsteuer nach rechts und legt dann noch die 30% Einkommenssteuer nach links und die anderen 50%, die behaltet ihr dann bei euch auf dem Konto. Man muss so ein bisschen sich dann selbst organisieren, strukturieren, damit man nicht ausgesehen denkt, man hat voll viel Geld und hat gar nicht so viel Geld. Das ist so ein bisschen die Gefahr und da haben wir mit Christine Descher einen schönen Podcast, wo sie so ein bisschen dieses Mehrkontenmodell auch erklärt. Also auch wirklich man sagt, okay, alles was reinkommt, das muss ich im Optimalfall, so wie du es schon gesagt hast, am besten auf mehrere Unterkonten verteilen, damit ich weiß, okay, eben hier geht immer meine Mehrwertsteuer, lege ich mir schon zur Seite, dann eben Einkommenssteuer, dann habe ich vielleicht noch ein Weiterbildungskonto, wo ich sage, okay, jeden Monat so und so viel Prozent, damit ich mich eben weiterbilden kann, dann kommt noch ein bisschen was für privat drauf, weil da habe ich ja natürlich auch Ausgaben und ich will vielleicht auch noch was sparen, also es macht Sinn, das aufzudröseln, damit ich am Ende wirklich weiß, was ist denn jetzt übrig und nicht einfach alles ausgebe und dann kommt plötzlich die Steuer und dann habe ich dieses Geld nicht mehr auf der hohen Kante. Das ist gerade so am Anfang eben ein totales Umdenken, weil die Andrea schon gesagt hat, dass vorher letztendlich der Arbeitgeber für dich macht und so musst du das halt jetzt übernehmen und das ist gerade, wenn du anfängst, wirst du ganz häufig ja auch nur auf quartalsmäßige, also wenn du umsatzsteuerpflichtig sein solltest, geht es ja auch bei der Umsatzsteuer schon los, dass es dann am Anfang ganz oft erstmal auf quartalsmäßig umgebucht wird. Nee, im ersten Jahr tatsächlich das Finanzamt weiß ja gar nicht, was du machst und die machen im ersten Jahr gar nichts. Ach so, genau, dann noch schlimmer. Im ersten Jahr machen sie gar nichts, dann bist du auf einmal machst du eine Umsatzsteuer- und Einkommenssteuererklärung und dann fällen auf, oh du bist umsatzsteuerpflichtig und dann machen die im nächsten Jahr aber auch nichts und irgendwann, also wenn sie merken, du bist umsatzsteuerpflichtig und irgendwann kommt sie dann und sagen, ja, wir hätten dann doch gerne das Geld von dem letzten Jahr und dann noch die Quartalszahlung, die wir ihnen noch gar nicht gesagt hatten und dann sitzt man da so und muss dann einmal so, also einmal war es im Dezember so bei einem meiner Mandanten haben wir im Dezember die Steuererklärung gemacht und musste er im Dezember seine gesamte Umsatzsteuerfluss ja vorher und nachher also für das Laufende und für das Vorherige das kann natürlich das macht dann richtig weh weil du hast dann auf einmal gesagt war es für zwei Jahre auf einem Schlag in einer Zahlung das tut dann richtig weh das war dann wirklich das muss man dann nicht nur erstmal haben also deswegen macht es wirklich Sinn sich da echt auch Gedanken über seine Einnahmen und Ausgaben zu machen und dann wirklich schon zu gucken dass ich immer noch was zur Seite lege wir kommen nochmal kurz zurück zur Einkommenssteuer es gibt einen Freibetrag von 9000 Euro jetzt könnte man sagen ok 9000 Euro ist jetzt erstmal nicht viel weil das ist ja pro Jahr nicht im Monat das heißt das sind ja keine 800 Euro im Monat was wenn ich jetzt meinen Gewinn erstmal habe vielleicht macht es dann Sinn zu gucken ich habe meine Einnahmen haben wir schon gesagt und ich habe meine Ausgaben dann habe ich meinen Gewinn jetzt kann ich den Gewinn davon gehen ja aber auch noch so hier und da nochmal ein paar Dinge mit ab die nicht direkt erstmal zu den geschäftlichen Ausgaben gehören die auch schon wieder den Gewinn etwas schmälern bezüglich Einkommenssteuer das muss man ein bisschen unterscheiden der Gewinn bleibt natürlich dann gleich also wenn du den betriebliche Einnahmen abzüglich bezüglich Ausgaben ist dann der betriebliche Gewinn der wird festgestellt und zwar durch die Einnahmenüberschussrechnung das können wir dann später noch und das wird übertragen auf die Anlage S wo ihr euer Gewinn übertragt Anlage ist aber nur ein Teil von vielen anderen Einkünften die ihr haben könnt Vermietung, Verpachtung Rente Kapitaleinkünfte und all die anderen Sachen und dann wird es eben alles sammattiert und dann kommt dann am Ende ein zuversteuertes Einkommen raus oder zumindest ein Gesamtbetrag der Einkünfte also von allen Möglichkeiten die ihr Geld verdienen könnt wird das zusammengenommen und dann könnt ihr davon abgezogen eben die Krankenversicherung die haushaltsnahen Dienstleistungen wenn ihr zum Beispiel jemand habt der bei euch daheim putzt oder jemand der bei euch einen Schornsteinfeger macht oder Hausmeister die Betriebskostennebenabrechnung ist auch meistens ein Teil davon haushaltsnahen Dienstleistungen wie zum Beispiel der Schornsteinfeger oder sowas der zahlt ihr nicht ihr persönlich sondern manchmal auch eure Vermieter Verwaltungsgesellschaft das können wir absetzen dann gibt es noch Spenden Unfallversicherung Haftpflichtversicherung Kfz-Haftpflichtversicherungen und so vielen anderen was haben wir noch Spenden habe ich das schon gesagt ich weiß nicht Unterhaltszahlungen wenn ihr da was habt da gibt es viele Möglichkeiten wo ihr da eure Einkünfte erhöhen könnt Entschuldigung erniedrigen könnt eure Einkünfte erniedrigen könnt aber es gibt natürlich auch die Möglichkeit zu erhöhen außerhalb dessen zum Beispiel wenn ihr Elterngeld bekommt oder Arbeitslosengeld 1 oder Insolvenzgeld Krankengeld auch das ist natürlich das erhöht dann wieder diesen Betrag das sind so Sachen wo man eben noch außerhalb der Einladung Überschussrechnung seine Steuern noch ein bisschen variieren kann genau das ist halt in dem Sinne ganz wichtig weil zum Beispiel die Krankungsversicherung gerade bei Selbstständigen ja doch immer doch wieder im Posten ist also ich sag mal wenn ich jetzt mal nur ganz pauschal sage irgendwo um eine Summe reinzuschmeißen keine Ahnung 300 Euro nur als Beispiel dann sind das ja trotzdem dreieinhalbtausend Euro im Jahr und da das wieder runterzurechnen von dem Gewinn das macht ja natürlich schon also dürfte man jetzt schon 12.000 Gewinn genau wenn ich das mit draufrechne auf diesen Freibetrag von 9.000 Euro dann habe ich da letztendlich da auch noch was davon genau super dann können wir ja mal in diese Einnahmenüberschussrechnung mit reingehen und mal schauen was eigentlich alles zu betrieblichen Ausgaben zählt denn auch da gibt es immer viele Fragen was gehört denn da alles mit rein was kann ich denn eigentlich alles als Ausgaben auch geltend machen also ich bin jetzt bei Elster Formular das ist tatsächlich ein Programm von der Finanzverwaltung dadurch stehen die das sind natürlich exakt die Formulare die ich halt damals selbst gemacht habe die sind natürlich wunderbar sieht man dann auch so wie es eben papiermäßig damals gemacht worden ist mittlerweile ist das ja nicht mehr so also das geht nur noch elektronisch vielleicht noch als Information früher hat es gereicht wenn man hingeschrieben hat auf ein Blatt Papier hat man geschrieben Einnahmen 50.000 Ausgaben 40.000 Strich Gewinn 10.000 das hat gereicht dem Finanzamt und da hat man irgendwann gesagt naja es wäre doch schöner wenn man das so ein bisschen gucken kann wie die Einkünfte kommen und wie die Ausgaben sich verteilen hat das Finanzamt so eine Art Belegbogen beigefügt dass man das bitte mit ausfüllen möchte das war aber mehr so freiwillig so irgendwann aus diesem Freiwilligbogen hat man dann Kennzahlen gegeben und irgendwann war das Pflicht und mittlerweile muss es elektronisch verifiziert abgegeben werden beim Finanzamt und das ist dann auch das bindende Ding Gedöns ihr wisst Sprache ist nicht so mein Ding jedenfalls ist diese EUR ist diese EUR auf jeden Fall von ziemlich unwichtig auf sehr wichtig gegangen und ja da gibt es das schöne erste Formular das Wichtige ist vielleicht noch bei der es gilt das Zufluss-Abfluss-Prinzip das heißt es ist total egal wann ihr die Rechnung gestellt habt es ist egal in welchem Zeitraum ihr diese Rechnung gestellt habt wichtig ist wann kann das Geld wann habe ich das Geld bezahlt das heißt wenn ihr zum Beispiel einen riesengroßen Job macht im Dezember also innerhalb des Jahres das ist egal aber wenn ihr bei diesen Jahressteuer ist aber wenn ihr zum Dezember einen riesengroßen Job gemacht habt was ist nicht ein groß der größte riesenfirma 200.000 Euro in einer Stunde wie immer halt und ihr kriegt das Geld aber erst am 12.01. des nächsten Jahres dann seid ihr in dem gesamten Jahr vorher habt ihr das Geld nicht egal ob ihr es gemacht habt oder die Rechnung in dem Jahr gestellt habt es dann entscheidet wenn das Geld kommt also guckt vor allem über Jahresende in Kontoauszüge kam das Geld kam das Geld nicht muss ich es mit reinnehmen muss ich es nicht mit reinnehmen manchmal kann man da auch ein bisschen sagen wir mal es steuern indem man sagt okay jetzt habe ich schon 17.499 Euro Umsatz gemacht ich stelle die Rechnung einfach erst im nächsten Jahr und da hat man hups die 17.5 wieder erreicht nicht erreicht und kann dann wunderbar im nächsten Jahr noch ohne Umsatzsteuer leben wenn man das denn möchte und das wollte ich auch immer sagen weil es auch für eure Ausgaben gilt wenn ihr also Ausgaben habt geht das immer nur dann wenn ihr sie nach § 11 Einkommenssteuergesetz um da mal ein bisschen klug zu wirken zum Schlussabflussprinzip wann ihr es bezahlt es gibt nur eine Ausnahme wenn ihr wiederkehrende Ausgaben habt wie zum Beispiel Telefonkosten die sind regelmäßig jeden Monat und wenn ihr da mal bis zum 10. des nächsten Monats bezahlen solltet kann es noch wenn die Fälligkeit im letzten Jahr war also sprich Dezember Telefonkosten für Dezember zahlt ihr am 2.1. dann seid ihr innerhalb des nächsten 10-Tages-Zeitraums und dann fällt es wieder zurück in den Dezember ist ein bisschen tricky gar nicht so schwer man muss immer 10 Tage noch ein bisschen mehr merken bei Regelmäßigkeiten ansonsten ist es doch immer nur dann wenn es bezahlt wird so jetzt gucken wir mal was wir Ausgabenmöglichkeiten haben diese Liste ist auf Seite 2 hat eine ganze Seite nur Ausgabenmöglichkeiten die das Finanzamt anbietet und da gehe ich einfach mal durch weil es macht mega viel Spaß macht zum Beispiel Waren und Rohstoffe, Hilfsstoffe und Nebenkosten wenn ihr jetzt zum Beispiel T-Shirt selber druckt und ihr kauft euch die Garen und Fahrten könnte man das da rein nehmen bezogene Fremdleistungen zum Beispiel ihr habt gebrochenes Bein und jemand anderes muss für euch den Kurs halten und der stellt euch eine Rechnung dann ist es sozusagen wie ein Subunternehmen jemand der genau das macht was du auch machst der ist dann sozusagen euer Fremdleistungs-Subunternehmer und die könnt ihr dann dort geltend machen ist ganz gut wenn ihr so Leute habt die für euch arbeiten Trainer oder aber wie wäre es dann auch wenn ich jetzt zum Beispiel sage ich gebe jetzt so ein bisschen Bürokram ab und habe da jemanden der stundenweise zum Beispiel mir ein bisschen beim Abheften meiner Quittungen oder beim Eingeben irgendwie hilft oder meine Website mir hilft das jetzt irgendwie auf Vordermann zu bringen bei der Webseite würde ich lieber auf Werbekosten gehen kommen wir noch dazu weil das ist dann wenn ihr Verluste macht wie ohne Ende wenn ihr ganz viele Verluste macht dann sagt das Finanzamt irgendwann okay das ist Liebhaberei ihr macht das ja ohne Gewinnabziehungsabsicht aber ich sage guck mal ich habe hier ganz viel Werbekosten investiert ich investiere in meine Firma um zu bewerben um größer zu werden sieht das Finanzamt das lieber deswegen versuche ich da lieber in die Werbekosten zu Schiene gehen wenn jemand Webseite macht oder oder sowas wieder ein guter Hinweis natürlich so da haben wir die AFA AFA für unbewegliche Wirtschaftsgüter ab 2018 ist das so dass wenn ihr euch was kauft was über 800 Euro ist also ein Anlagevermögen was über 800 Euro wäre das zum Beispiel ein Laptop ein Laptop kostet meist 900 Euro oder 800 Euro ein Euro dieser Laptop müsst ihr dann auf mehrere Jahre abschreiben und zwar ist es so dass ihr wenn ihr 800 Euro bezahlt für den Laptop habt ihr ja nicht 800 Euro ausgegeben sondern ihr habt ein 800 Euro teuren Laptop das ist ja genauso viel wert aber der Laptop wird über die Jahre über die Zeiten die ihr benutzt immer weniger wert und diesen Wertverlust den stellt das Finanzamt fest in dem Laptop Beispiel sind es zum Beispiel 3 Jahre sprich 36 Monate das heißt die 800 Euro die ihr für den Laptop ausgebt werden auch durch 36 Monate geteilt und dann so abgeschrieben über den ganzen Zeitraum dann haben wir noch Miete und Pacht für Geschäftsräume sprich wenn ihr euch zum Beispiel für eine Location sucht die ihr ja bespielt wie hier zum Beispiel Unter Mieter würde auch gehen also wenn ihr in ein bestehendes Studio oder so mit reingeht und das auch stundenweise vielleicht anmietet also da sind nicht nur Dinge drin die eure eigene Location betreffen aber das wäre natürlich klar das Ding aber wenn ihr eben auch sagt okay eben zweimal die Woche eine Stunde in Studio X nutze ich jetzt den Kursraum oder mache da einen Vortrag und bezahle da Miete genau Raummiete für diesen Moment dann würde das auch mit rein in eine Garage wo ihr Sachen abstellt oder fit das Gerät wenn ihr nicht oder so einfach man kann dafür schon eine Menge genau ich habe auch einen Lagerraum zum Beispiel ja genau ich habe nichts doch ich habe Büro gemietet doch ich habe Büro tatsächlich dann haben wir Telekommunikationsaufwendungen Telefon, Internet für viele ist es immer so ein bisschen kann ich das einfach absetzen von daheim auch so natürlich du bist selbstständig alles was du tust ist selbstständig du arbeitest selbst und ständig und wenn man Telefonkosten hat so ist es so bei Arbeitnehmer die dürfen maximal 20% ansetzen sprich du hast 100 Euro ausgegeben darfst nur 20% ansetzen maximal 20 Euro auch noch das heißt du hast den Maximalbetrag für diesen Monat erreicht bei Selbstständigen ist es so da gibt es diese Grenze nicht und da kann man eben sagen okay wie viel Prozent ist denn betrieblich und wie viel ist privat du kannst es nicht nach Telefon kann man das nicht irgendwie sortieren beispielsweise eine Flatrate und man hat nicht wirklich die Möglichkeiten und da haben sich geviefte Steuerberater überlegt dann nehmen wir einfach die anderen 80% und seitdem geht das auch ganz gut durch beim Finanzamt also ich habe bisher nicht selten das Gefühl gehabt dass die irgendwie da bockig sind also 80% der Telefonkosten und Internetkosten ohne Beschränkung könnt ihr absetzen was ganz schön viel sein kann wenn man auch daheim Internet hat und auch im Büro Internet hat und dann da auch Telefon hat und auch daheim Internet hat da hat man schon eine Menge was auf jeden Fall nicht geht ist aber SkyNet oder solche Fernseefilmchen gucken als nächstes haben wir Übernachtungsreisenebenkosten bei Geschäftsreisen Übernachtungskosten wenn ihr ein Hotelzimmer nehmt aber dann ohne Frühstück immer nur ohne Frühstück sind die Übernachtungskosten das ist immer ganz wichtig weil oft erkennt man das nicht aber ihr müsst mal runter gucken bei dieser Rechnung da wo 7% steht das ist auf jeden Fall die Übernachtung und da wo 19% steht ist das Frühstück die müssen wir getrennt aufweisen und dann weiß man okay das ist für die Übernachtung gewesen das war es fürs Essen das Essen nicht ansetzen nur das Frühstück nur die Übernachtung nicht das Essen reingelegt ich wollte mal gucken ob er aufpasst als nächstes haben wir dann Fortbildungskosten da könnt ihr zum Beispiel Sprachtraining machen oder Fortbildung wie Trainer die Zinsen alles was da Rolle spielt dann haben wir Kosten für Rechts- und Steuerberatung und für die Buchführung hier könnt ihr also speziell euren Steuerberater auch noch abrechnen wie cool ist das denn das heißt ihr zahlt dem Geld und könnt das im nächsten Jahr dann gelten machen Miete die sind für bewirklichte Wirtschaftsgüter ohne Kraftfahrzeuge wenn ihr was mietet zum Beispiel eine Anlage damit ihr Musik habt von ihrem Freund oder sowas könnt ihr es eben auch noch dort geltend machen dann kommen die Gebühren das sind zum Beispiel eure Haftpflicht also vielleicht auch Berufshafpflicht gibt es ja auch manchmal dann aber auch Gebühren wenn ihr irgendwelche Trainerlizenzen GEMA natürlich auch also wer ein Studio hat wer Musik nutzt muss man halt auch überlegen was ich für Musik nutze GEZ GEMA GEZ ist auch aufs Geschäft leider ja auch fürs Autofahren genau also auch wenn ihr keine Räumlichkeiten habt die gucken wirklich hast du ein Auto und wenn du ein Auto hast dann bist du auch auf dem Weg zu deiner Arbeit mit diesem Auto unterwegs und damit ist das schon geschäftlich das heißt du hörst dein Radio geschäftlich egal ob du es privat absetzt von der Steuer oder betrieblich es ist tatsächlich unglaublich unangenehm versucht da irgendwie jemanden also ich habe auch Angst dass jemand bei mir kommt aber die gucken tatsächlich meist nur bei Gewerbeanmeldungen also wenn ihr nicht gewerblich angemeldet seid sondern freiberuflich seid kriegt ihr tatsächlich also tatsächlich noch keinen Brief von der GEZ bekommen all meine Freiberufler haben das noch nicht bekommen und die paar die gewerblich sind die haben einen Brief bekommen also ich rate mal ich kann es nicht sagen dass es zu 100% so ist aber die Chance nicht erwischt zu werden ist besser wenn ihr freiberuflich seid tatsächlich vielleicht gehen die mal die Gewerbelisten dort und sagen also was wir auch schon hatten bei uns damals als ich in der Innenstadt noch war dass dann der GEZ-Typ wirklich auch durch die Straßen gegangen ist und hat geguckt auf welchem Auto Werbung war und hat dann darauf natürlich auch oder daraus auch geschlossen okay das ist jemand der jetzt sein Geschäft damit bewirkt gerade wenn du dann deine Firma und deine Adresse oder Telefonnummer noch hast also auch darauf sind die dann gegangen also von daher so über die um die GEZ um rumzukommen ist dann ein bisschen schwierig vielleicht oh Gott dann habt ihr noch als nächstes Posten die Werbekosten jetzt kommen sie gerade Katja Inserate Werbespots Plakate Webseite eure E-Mail Adresse ist natürlich auch Werbekosten man könnte natürlich auch die E-Mail Adresse als Telefon Telekommunikation machen aber da können wir nur 80% absetzen also machen wir es lieber als Werbekosten kriegen wir 100% abgesetzt also gewusst wie also E-Mail Adresse nochmal so als Info wenn du eine Webseite hast dann hast du ja auch deine Domain genau und diese Kosten das ist dann eher Werbekosten Facebook Werbung auch das zählt da mit rein also die Facebook Ads die du dann schalten kannst das wären Werbekosten genau ja Messer Messer auch natürlich da kann man aber auch Raumkosten machen zur Not aber wir haben ja gerade festgehalten Werbekosten ist immer besser das wirkt dann noch besser als hey ich promote mich selbst und so das ist schon ganz schick als nächster Posten gibt es zum Beispiel auch noch die Schuldzinsen das sind auch seltener Posten aber manchmal ist es so wenn ihr den Kredit aufnehmen müsst könnt ihr die bis 2050 Euro bei der Steuer gelten machen die Kreditzinsen nicht den Kredit selbst sondern die Zinsen zu dem Kredit der Kredit muss aber auch betrieblich sein also wenn ihr zum Beispiel ihr kauft euch eine Hütte einfach für 100.000 Euro dann könnt ihr die Zinsen die ihr der Bank gebt auch noch bis 2050 Euro auch noch gelten machen das ist auch mal schön zu wissen wenn ihr mal sowas haben solltet natürlich eine Umsatzsteuer ist natürlich auch eine Einnahme und eine Ausgabe wenn ihr irgendwann eine Umsatzsteuer einnehmt und ausgebt ist es auch eine Betriebseinnahme Betriebsausgabe was auch ganz wichtig ist wenn ihr es vergessen habt die Umsatzsteuer zu zahlen wird meist Säumnis zu Schläge angesetzt also so 10 Euro Strafe das geht auch schnell ist immer sehr schnell und sehr ärgerlich aber die könnt ihr zumindest als Ausgabegelten machen immerhin immerhin dann haben wir noch so einen schönen Posten da heißt übrige unbeschränkt abziehbare Betriebsausgaben das ist so alles also übrige unbeschränkt das heißt das Wort schon übrige also alles was wir vorstellen können das war doch irgendwie doch betrieblich dann wie zum Beispiel Post, Porto oder was kann man denn noch nehmen was einfach so Druckerpatrone vielleicht wenn du denkst ach komm was ist das denn ach das ist betrieblich da könnt ihr es da reinnehmen als nächsten Posten haben wir Geschenke Geschenke ist ein bisschen heikel weil die sind da sehr restriktiv früher waren da 35 Euro aber wenn ihr da ist auch immer noch 35 Euro könnt ihr verschenken aber da müsst ihr 30% Steuern drauf zahlen wenn ihr das nicht macht dann muss der andere das als Betriebseinnahme ansetzen mega ärgerlich ich würde Geschenke erstmal weglassen dann haben wir Bewirtungsaufwendung das ist so ein ganz schönes Posten ihr könnt Essen gehen das von der Steuer absetzen wenn ihr einen betrieblichen Nutzen dahinter habt zum Beispiel mit Geschäftskollegen geht ihr Essen dann könnt ihr 70% des Essens Bewirtungsbelegs absetzen bei eurer Steuer 70% das ist ziemlich viel man geht davon aus dass du einfach nur 30% isst keine Ahnung wie die auf 70% gekommen sind auf jeden Fall da waren die Lobbyisten ziemlich gut unterwegs wichtig ist hat nur die Voraussehers müssen zwei Essen drauf sein das ist der Grund warum ich immer zwei Cheeseburger bestelle für euch als Trainer ist das natürlich ein bisschen schwieriger zwei Salate zwei Salate zwei Steaks genau also ich habe es ich habe es verpasst im Moment aber tatsächlich dann schreibt ihr halt hin mit wem ihr Essen wart und wie warum der Grund warum ihr da Essen wart falls ihr mal privat essen geht und habt diesen Bewirtungsbeleg und wisst nicht mehr ganz genau ob das jetzt privat oder betrieblich war im Zweifel ist es betrieblich gewesen wenn ihr euch über betriebliche Belange auch unterhalten es ist immer sehr gut mit Geschäftspartnern Essen zu gehen weil es ist selten so dass man sich nicht über das Geschäft unterhält meistens und auch wenn man sehr privat mit der Person ist man hat ja dann trotzdem mal zu erzählen hey ich habe da nächstes Mal noch die Planung vor kannst du mir da unterstützen helfen und sprach da kannst du aufs Kind aufpassen während ich denen die Trainerlizenz mache und schon ist es wieder betrieblich es führen alle Wege nach oben und da könnt ihr sie absetzen als nächsten Posten auch wieder beim Essen Verpflegungsmehraufwand das ist eine wunderschöne Sache so eine Art Dienstfahrt unterwegs wenn ihr euer Zimmerverlust eure Wohnung verlassen seid mehr als 8 Stunden lang unterwegs dann bekommt ihr ein Verpflegungsmehraufwand eine Pauschale vom Finanzamt eine Ausgabe einfach so in Höhe von 12 Euro wenn ihr in Deutschland seid das ist im Ausland sogar noch höher oder auch manchmal weniger aber meistens mehr das heißt wenn ihr 8 Stunden lang weg seid kriegt ihr 12 Euro gut geschrieben einfach so als Ausgabe seid ihr wenn ihr wohin fahrt und übernachtet dann dort kriegt ihr auch für die Hinfahrt und für die Rückfahrt 12 Euro jeweils das heißt fahrt ihr zum Beispiel morgen nach Berlin und fahrt am nächsten Tag wieder zurück habt ihr 12 Euro hin und 12 Euro zurück man kann immer nur am Tag eine Verpflegungsmehraufwand Verpflegungspauschale ansetzen es geht also nicht dass ihr 8 Stunden lang rumlauft und dann fahrt ihr nach Berlin und fahrt zurück und habt dann 24 Euro das geht leider nicht sondern pro Tag 12 oder wenn ihr den ganzen Tag weg seid also sprich ihr wacht woanders auf geht woanders ins Bett und wart zwischendurch nicht daheim dann bekommt ihr 24 Euro das ist also wenn man sozusagen einen Tag in Berlin verbringt komplett ist man die Hinfahrt hin hat den ganzen Tag in Berlin und fährt am nächsten Tag zurück dann übernächsten Tag zurück hat man 48 Euro Betriebsausgabe ohne dass ihr wirklich Geld ausgegeben habt das ist so ein bisschen der Zauber ich hab da irgendwie so 6000 Euro letztes Jahr gemacht oder vorletztes Jahr ich weiß nicht mehr das sind also tatsächlich richtige Betriebsausgaben die keine Betriebsausgaben sind mega schön viel wert kann ich auf jeden Fall empfehlen viele Steuerberater vergessen das oder wissen das nicht weil sie können nur das machen was ihr denen sagt und wenn man nicht sagt ich war da weg dann bauen die das nicht mit ein und in vielen Steuererklärungen hat das immer gefehlt die ich so gesehen hatte bitte achtet darauf und fragt gezielt nach oder macht euch eine eigene Liste wo ihr wann wart das hilft euch dann auch beim späteren dann haben wir noch Aufwendungen für häusliches Arbeitszimmer also wenn ihr daheim seid und sagt okay ich hab jetzt kein eigenes Büro keine eigene Wohnung die machen das bei mir daheim ich hab da ein Zimmer übrig dann kann man auch die Kosten ansetzen maximal bis 1250 Euro das ist sozusagen so diese Zauberhaftgrenze wenn ihr nur dort arbeiten würdet nur in diesem Arbeitszimmer könnt ihr ja auch mehr als 1250 Euro gelten machen ist aber ganz ganz selten dass das durchgeht was man vielleicht auch noch wissen sollte ist dass dieses Arbeitszimmer auch sehr restriktiv behandelt wird es darf also kein Durchgangszimmer sein außer das Durchgangszimmer zum Schlafzimmer es muss abschließbar sein es muss ein Fenster haben muss beleuchtet werden können muss ein eigenes Heizsystem haben bzw. es darf kein Abstellraum sein kein Keller sein ihr seht schon da gibt es eine Menge Menge Ärger es darf keine Couch drin sein kein Fernseher und so das sind alles Sachen die gegen ein Arbeitszimmer sprechen sondern mehr für eine private Nutzung das Finanzamt ist da sehr restriktiv und die werden auch immer die haben immer so anhängige BFH Urteile also Bundesfinanzamt Bundesfinanzhofs Urteile die sind immer anhängig und die meisten wirken sich negativ aus also keiner spricht sich für das Arbeitszimmer aus es wird immer schlimmer und irgendwann wird es vielleicht auch mal rausfallen aber noch haben sie es drin bis 1250 Euro kann man es noch gelten machen ist aber sehr restriktiv so dann haben wir noch Gewerbesteuer selbst kann man auch absetzen das ist ein bisschen schwieriger dann Leasingkosten wenn ihr also irgendwas leasen wollt wie ein Auto leasen wollt könnt ihr das Geld machen oder auch tatsächliche Fahrtkosten wie zum Beispiel die Reparaturenwartung und Treibstoffflugführer aber auch öffentliche Verkehrsmittel wie Deutsche Bahn oder ÖPNV das ist vor allem immer ganz schön zu sagen ÖPNV Tickets die sind ja einfach die hat man ja irgendwie da hat man so 12 dumme Tickets da rumliegen und denkt so Gott wann war das denn wo einfach absetzen zur Notfälle auch schon ein warum ihr da wart Entschuldigung wenn ich das so sage dann gibt es noch die Entfernungspauschale die ihr noch setzt machen könnt mit eurem Privatauto bei dem Auto ist nochmal so ein Punkt da müsste ich mal ganz kurz anfangen wenn das kurz die Zeit ist ja klar natürlich wir können immer noch zwei Folgen drauf machen ich habe mich letztens mal jemanden gehabt das war ein bisschen ärgerlich der hat eine Buchhalte darin gehabt die Buchhalte war seiner Mutter war an sich ganz okay wir haben darüber gesprochen und dann fiel aber auf die Mutti so ja das Auto das setze ich immer nur zu 60% an und dann nehme ich alle Kosten die ich habe und nehme davon 60% das Betriebsausgabe ich so und wie ermittelst du die 60% das haben wir aber so festgelegt da habe ich mehrfach Angst um diese armen Personen gehabt weil ich mehrfach gemerkt habe dass diese Person sehr viel Ärger haben wird weil es gibt nur drei Arten wie man das Auto absetzen kann also zweimal betrieblich entweder betrieblich mit Fahrtenbuch oder betrieblich mit der 1% Regelung oder man hat es im Privatvermögen so das sind die drei Möglichkeiten die ihr habt im besten Fall nehmt ihr das Fahrtenbuch da könnt ihr Fahrt halt schreibt überall auf wo ihr wann wart und bekommt dann anteilig zu den betrieblichen Fahrten zu gesamten Fahrten könnt ihr all eure Kosten wie Tankbelege Kfz Haftpflichtversicherung und alles mögliche daran absetzen das ist natürlich wunderbar es gibt nur ein großes Problem das Finanzamt liebt Fahrtenbücher weil sie da am meisten ändern können wenn nur ein Fehler wenn nur ein Kilometer falsch geschrieben ist wenn nur irgendwelche Sachen doppelt oder man merkt das hier so hintereinander geschrieben habe es nicht fortlaufend ist oder irgendein Indiz da wird das gesamte Fahrtenbuch nicht anerkannt und manchmal bei Betriebsprüfungen sogar für drei Jahre rückwirkend nicht also wenn ihr in einem Jahr einen Fehler habt werden drei Jahre rückwirkend nicht anerkannt das kann bis zu 17.000 Euro Steuern also es kann richtig teuer werden richtig richtig teuer und man hat nie die Gewissheit dass das Fahrtenbuch was ihr macht wirklich gut ist es ist so ich sage mal so das ist so ein bisschen Thrill diese Action bei der Steuererklärung so geht mein Fahrtenbuch durch und zu 99% wie ich sie erlebt habe sind die nie durchgegangen egal wie bewusst und stolz jemand auf sein Fahrtenbuch war da kommt der Prüfer spuckt drauf und sagt hau ab damit das ist immer voll krass ich kann es euch gar nicht erklären wie ich sowas erklären soll warum man so anbietet so ein Fahrtenbuch wenn es sowieso nie anerkannt wird jedenfalls würde ich euch vorstellen das Fahrtenbuch nicht zu nehmen einfach es sei denn ihr wollt diese Angst haben wenn ihr diesen Thrill lief bei der Steuer das ist das was mich antreibt das ist das was ich brauche dann nehmt das Fahrtenbuch ansonsten gibt es nur noch zwei andere Möglichkeiten denn wenn das Fahrtenbuch nicht anerkannt wird fallt ihr automatisch in die 1% Regelung die 1% Regelung klingt erstmal total verlockend ihr könnt nicht mehr anteilig absetzen ihr könnt alles absetzen und zwar jeden Tankbeleg jede Parkquittung jede Reparatur jedes noch so kleine Änderung könnt ihr komplett absetzen meiner Steuer das ist eigentlich wie ein kleiner Traum es gibt nur ein kleiner negativer Punkt und das ist ihr müsst 1% als bruttonettenwert bruttonistenpreis des Autos als Einnahme ansetzen es ist aber so dass die Autos bruttonistenpreis immer der Neuwagenwert also wenn ihr euch einen gebrauchten Wagen holt war auch für 4000 Euro der war früher aber mal 30.000 wert nur als Beispiel dann werden wir 30.000 Euro 1% genommen das sind 300 Euro plus Mehrwertsteuer bei Bruttolistenpreis sind 360 irgendwas sagen wir 360 Euro und dann werden die 360 Euro jeden Monat bei euch als Einnahme versteuert und natürlich erhöht das den Umsatz deswegen auch die Steuerberater immer gerne darauf plädieren ein Auto betrieblich nutzen zu wollen nur so als keine Nebeninfo und dann habt ihr 360 mal 12 das sind 3600 plus nochmal 700 4.300 Euro als Einnahme so darauf müsst ihr Steuern zahlen Umsatzsteuer zahlen auf diese 4.300 Euro und was habt ihr als Ausgabe gegenzusetzen ihr habt Tankquittung vielleicht vielleicht für 800 Euro vielleicht eine Reparatur die Afe vom Auto ist nicht viel war ja nur 4.000 Euro wert also kommt vielleicht wenn ihr Glück habt kommt ihr vielleicht auf 2000-3000 Ausgaben das ist am Ende wenn ihr das Auto abgesetzt habt als Betriebsausgabe und es auch betrieblich auch nutzt müsst ihr am Ende 1000-2000 Euro mehr versteuern als wenn ihr es nicht gemacht hättet das ist also ein totaler Gag ist das also ihr nehmt das Auto setzt es betrieblich an um es abzusetzen und ihr müsst am Ende zur Dank noch 2000 Euro mehr Steuern zahlen das ist der größte Trick der Menschen und die Steuerberater empfehlen das wo man nur den Kopf schütteln kann wenn ihr ein Auto habt und ihr benutzt das betrieblich und privat empfehle ich euch das Auto tatsächlich privat zu belassen das heißt ihr dürft nur 49% dieses Auto betrieblich nutzen alle anderen Fahrten nicht Vorteil ihr braucht kein Auto kein Fahrtenbuch mehr führen und könnt einfach so rumcruisen und schreibt euch auf was ihr am 1.1.2000 des Jahres an Kilometer hattet und schreibt euch auf was ihr am letzten Tag des Jahres an Kilometer hattet dann wisst ihr was die Gesamtzahl der Kilometer ist und dann könnt ihr eure betrieblichen Fahrten gelten machen und guckt dass ihr eben unter 50% seid falls ihr noch eine betriebliche Fahrt gemacht haben solltet die über 50% bei euch geht wenn ihr sagt so da war ich noch in Kiew für 1000 Kilometer dann erinnert euch daran dass ihr Kiew ja vielleicht auch privat besucht haben konntet also privat Kiew Besuch ihr habt ja bestimmt jemanden gekannt dort und schon seid ihr wieder bei 49% betrieblicher Nutzung ihr könnt das Auto also noch privat benutzen weil wenn ihr drunter seid könnt ihr es privat benutzen seit ihr drüber müsst ihr es mit 1% versteuern deswegen darauf aufpassen und dann habt ihr ganz schnell nochmal 49% Euro Kilometer und die könnt ihr mal 30 Cent ansetzen und das sind dann wenn ihr 30.000 Kilometer fahrt im Jahr sind 15.000 Kilometer davon betrieblich und davon mal 3 Cent sind 4.500 Euro Betriebsausgabe das heißt ihr habt die 6.000 Verpflegungsmehraufwand ihr habt die 4.500 Euro 30 Cent Pauschale noch ich nuschel immer so extrem und habt ihr aber immer 10.000 Euro Betriebsausgabe ohne einen Euro ausgegeben zu haben und dann krimmt sich also wenn ihr mal wirklich zu viel Geld haben solltet kann jedem mal passieren das sind die Möglichkeiten das zu kürzen das war jetzt ganz schön viel das war ganz schön viel aber das sind ja auch letztendlich die Dinge wo viele gar nicht dran denken und wie gesagt gerade so das Auto als Firmenwagen das klingt immer so toll ich habe dann noch einen Firmenwagen aber wenn man dann wirklich mal dahinter guckt was was habe ich denn wirklich unterm Strich dann davon bringt es mir was oder habe ich sogar mehr Kosten oder am Ende setze ich gar keine Fahrten an und würde mein Auto komplett rauslassen und bin dann vielleicht sogar noch besser also das ist ja dann Quatsch also das heißt ich muss ja schon gucken dass ich meinen Gewinn durch solche Sachen eben auch schmälern kann und wenn ich das Auto eben nutze dann kann ich es wie gesagt ganz easy und vor allem einfacher weil dann habe ich ich habe wirklich für mich auch nur eine stupide Excel-Tabelle wo ich mir vorne mein Datum reinschreibe und sage da bin ich jetzt zur Fortbildung nach was weiß ich da und dahin gefahren Kiew dann schreibe ich mir halt immer das Datum hin wann ich losgefahren bin und das Datum wann ich wiedergekommen bin weil dann weiß ich auch gleich mit dem Verpflegungsmeeraufwand und schreibe mir dann die Kilometer die ich halt dann in der Zeit gefahren bin dann auf und schon das hört man das hört man das ist aber nicht schlimm und schon habe ich eine bessere Übersicht eine relativ easy Übersicht und weiß natürlich am Jahresende dann auch ganz genau was kann ich da jetzt noch mit ansetzen an Ausgaben die meinen Gewinn einfach schmälern ein wichtiger Punkt das ist eben das was du vorhin auch schon gesagt hast sind letztendlich auch diese Essenskosten auch die Belege auch hier es geht jetzt nicht darum wenn da jemand kommt ja wir können das Landamt jetzt nicht bescheißen nein darum geht es auch nicht um Gottes Willen aber wie oft ganz ehrlich sitzt ihr wirklich mit Kollegen zusammen oder habt echt Meetings ich mache das gerne so dass ich sage wenn wir jetzt ein Meeting haben dann machen wir das doch gleich so dass wir uns zum Mittagessen treffen das hat mehrere Vorteile für mich zum einen die Mittagszeit ist häufig die Zeit wo ihr sowieso einfach freie Zeiten habt weil vielleicht vormittags oder morgens und eben nachmittags abends die Zeiten sowieso verplant sind das heißt ihr könnt die sinnvoll nutzen könnt das mit einem Essen verbinden und könnt dann diese Kosten auch noch anteilig in die Steuererklärung mit reinnehmen und was ich noch sagen möchte es geht natürlich habe ich auch erlebt Eigenbelegung wenn man sich selbst einen Zettel schreibt ja habe ich gemacht das gilt nicht das ist zum Beispiel tatsächlich ein Betrug wenn das jeder machen würde sagt ja Eigenbeleg ich habe da gegessen für 50 Euro das geht nicht ihr habt das Geld ja tatsächlich ausgegeben also es ist ja nicht so dass wir irgendwie bescheißen und sagen ja wir waren jetzt vielleicht essen für irgendwie und hier ihr habt das Geld ja tatsächlich ausgegeben und jetzt ist nur die Absichtsvermutung die liegt bei euch das heißt ihr wisst ihr habt jetzt eine Quittung da steht da offiziell ihr habt Geld ausgegeben und jetzt fragen wir uns ist das Geld betrieblicher Absicht oder nicht betrieblicher Absicht immer so ein schönes Beispiel ich bin wieder mal ich habe auch Pornodarsteller bei mir in meinen Mandantenkreis und wenn jetzt jemand ein Dildo zum Beispiel sich kauft ist das natürlich privat definitiv privat aber wenn du Pornodarsteller bist ist der private Nutzen eben weniger dann ist der betriebliche Nutzen auf einmal höher und so muss man es auch ein bisschen sehen warum kaufe ich mir Dinge warum mache ich das und wenn ihr da den betrieblichen Nutzen seht dann kann man es absetzen zum Beispiel bei euch zum Beispiel das kann man nehmen so eine Handel zum Beispiel oder ihr habt euch einen extrem komischen Briefbeschwerer geholt da könnten jetzt Leute sagen ja dieser Briefbeschwerer ist ja natürlich auch schon ein bisschen privat das hängt ja nur rum aber dann brauche ich zum Gewichtheben das ist mein Gewichtheber Ding das ist halt mein Voreffekt nur als Beispiel als Spaß jetzt natürlich dann hat man natürlich eine ganz andere Absichtsvermutung dann könnt ihr es auch betrieblich gelten machen ihr habt das Ding ja trotzdem gekauft es ist ja nicht dass ihr das irgendwie geschenkt oder gefunden habt wenn ihr Geld ausgebt habe ich ja gesagt das ist ja immer so Geschenke sind halt auch nochmal so ein Ding so Kleinigkeiten klein bis 10 Euro genau bis 10 Euro also wirklich da auch und das sind ja solche Geschichten wirklich kleine Aufmerksamkeiten auch für die Kunden ob das jetzt Ostern ist ob das jetzt Weihnachten ob das jetzt Geburtstag ist irgendwelche Kleinigkeiten könnt ihr damit absetzen manchmal fällt einem auch gar nicht mehr ein wem man das denn dann geschenkt hat wenn man so eine Kleinigkeit gekauft hat also grundsätzlich wenn die Absicht ist das zu verschenken geht das mit rein einen wichtigen Punkt würde ich noch mit rein nehmen weil das oft gefragt wird das ist zum Beispiel Bekleidung gerade für Trainer Berufsbekleidung an sich sind auch immer solche Streitthemen ja sehr meine meine Wissen und da kannst du mich berichtigen wenn ich falsch bin war bisher wenn ich mir jetzt einfach nur eine neue Leggings kaufe und neue Sportoberteil dann wird das nicht durchgehen habe ich es aber mit meinem Logo bedruckt weil ich das innerhalb meiner Arbeit nutze dann sieht das anders aus oder? genau das ist die uniformierte Sache also Bundeswehr McDonalds Klamotten und sowas die kann man natürlich immer absetzen weil es uniformiert ist also macht ein Logo drauf und schon könnt ihr es absetzen tatsächlich man sagt aber bei anderen Klamotten je mehr casual desto weniger möglich und wenn ihr es ganz speziell ich überlege gerade manchmal ist so ein Anzug wenn man irgendwelche Vorträge halten möchte Anzug versucht man immer keinmal abzusetzen weil er teuer ist und weil es auch einmalig ist man hat das Gefühl jetzt nur dafür auch da gibt es gerade Streitgespräche wenn ihr Glück habt geht das durch wenn ihr Pech habt nicht im Zweifelsfall würde ich es mal ansetzen und gucken ob es durchgeht wir hatten jetzt solche bei einer Kollegin habe ich mal Steuer gemacht ich war Steuerberater ging durch mussten nachzahlen wir haben komplett nochmal neue Steuererklärungen gemacht und sie hat dann das Geld zurückbekommen tatsächlich aber sie wurde auch geprüft weil alles war ja anders auf einmal und es ging alles durch bis auf der Blazer dieser Blazer war halt obwohl es doch wichtig war auch für den Beruf ging nicht durch und es ist immer so ein bisschen 50-50 also ich würde euch vorschlagen wenn ihr bedruckte Klamotten habt oder so definitiv dann könnt ihr sogar als Werbemittel natürlich wieder absetzen da ist ja euer Logo gerade wenn ihr uns vielleicht den Kunden zur Verfügung stellt auch also auch das wenn ihr sagt hey ich habe jetzt tolle T-Shirts und ich schenke das vielleicht auch meinen Kunden weil er soll Werbung für mich draußen machen wenn er mit dem T-Shirt rumläuft und meinem Logo ist das auch Werbung genau jedenfalls nicht einmal jetzt zum Aldi gehen die Sportschuhe holen Aldi dann die Trainingshose weil das also bei H&M eine Sporthose dass das durchgeht ist eigentlich so gut wie Null auch wenn ihr Sport ich streite mich dann immer genau in dem Moment es kommen genau innerlich so ja was bin ich doch für die Arbeit ist doch noch für den Betrieb so ja du hast ja auch recht und es tut mir leid dass ich es sagen muss weil ich habe auch mal mit meiner Umsatzsteuerprüferin gestritten wegen meinem Waschtrockner den ich gerne absetzen möchte weil ich habe gemeint hey ich spare damit so viel Zeit ich kann neue Aufträge annehmen weil ich nicht mehr die Wäsche trocknen muss und so lange kann ich eben nicht arbeiten solange meine Wäsche trocknet und selbst das geht nicht durch weil es dann doch zu privat ist wie und was ich für Klamotten trage aber ich habe es versucht ich habe den Kampf bereits schon gemacht und ich habe ihn verloren und das zu wissen ist immer ganz gut also ich habe es auch nicht einsehen wollen aber jetzt muss ich es halt Klamotten sind für mich mittlerweile so okay dann nicht ich habe manchmal noch so Bühnenoutfits ich deklariere auch manchmal geht es durch aber vielleicht auch noch wenn ihr jetzt wirklich Eigenräumlichkeiten habt und ihr stellt da irgendwie jeden Montag einen Strauß Blumen auf den Tisch damit es immer ganz toll aussieht dann zählt das auch zu den übrigen unbeschränkt absehbaren ich glaube es gab da sogar noch mal so einen extra Begriff bei mir in meiner Steuer da ging es irgendwie um ich kann ja parallel noch mal noch mal nachgucken das war auch so ein witziger Büro-Deko-Kram ein witziger das sind Repräsentationskosten das ging irgendwie unter Repräsentation also alles was man so an echt okay das war direkt in dieser Software da so drin dass sie gesagt haben also alles was ich jetzt also einen zum Beispiel so den Strauß Blumen auf dem Tisch im Beratungsraum sagst du so achtest du auch nicht dann kann man das also das ist das Programm ich habe das letzte Mal so ich mache ja auch Steuerfortbildungen und da gab es zwei verschiedene Möglichkeiten wenn man so eine Betriebsfeier zum Beispiel macht dann gab es so ein Golf-Turnier und die einen haben es eben beworben mit dem und dann haben wir eben gesagt okay dieses Golf-Turnier ist nur zu repräsentativen Zwecken also keinerlei Werbung-Ding sondern mehr so repräsentativ so ja ich will schmücken das sind die tollsten und teuersten Sachen und haben es deswegen nicht anerkannt ah ok weil es nur repräsentativ war das war so ein bisschen das ist so ein kleines Schlagwort wo Leute so ein bisschen aufmucken also bei dem Wort also doch lieber Werbekosten ja bei dem Wort oder übrige Besonstige genau da kommt so ein kleiner Moment also da geht es ein bisschen tiefer ins Detail aber es gibt natürlich auch so Möglichkeiten wenn es nur repräsentativ ist so ich habe mir jetzt mal diesen teuren Luxuswagen irgendwie gibt es so Probleme bei sowas bei Feierlichkeit und sowas aber man könnte wie gesagt wenn man das jetzt so einfach sagt hey ich muss da irgendwie ein bisschen was aufwerten damit es nur angenehm ist also jetzt mal ganz blöd ich meine für unser Studio das ist ja das Klopapier natürlich was da wird verbraucht das sind ja alles so Dinge die einfach Verbrauchsmaterialien sind oder auch der Kaffee den ich dann eben dem Kunden anbiete für das Erstgespräch ob ich da auch nochmal einen Kaffee mit trinke wenn ihr aber auch zum Beispiel einen Ventilator ansetzt also ein mitnehmbar mobiler Ventilator dann schreibt euch wenigstens auf dass er im Büro hätte sein müssen wenn dann jemand kontrollieren kommt wo ist dieser Ventilator wenn einer vorbeikommt das nur als Tipp auch weil ich mache am liebsten als Adresse immer eure also als Kommunikationssachen immer eure also eure Adresse reicht voll und ganz sie schreiben euch dann einfach an das ist auch völlig in Ordnung ihr müsst ja keine Mails checken vom Finanzamt manchmal ist das ein bisschen gruselig wenn ihr eine Mail vom Finanzamt bekommt oder dann rufen sie auch manchmal an das sind so Sachen wo man sagt äh was äh keine Ahnung so lasst euch das einfach schriftlich geben lasst als Kommunikationsverbindung einfach nur eure Adresse und dann schreiben wir euch einen Brief und dann ist das eigentlich auch ziemlich sicher man muss nicht immer alles geben weil da hat man auch die Sicherheit weil die schreiben wie erst einen Brief melden sich für eine Woche später an und dann kommen die vorbei und prüfen dann und dann muss der Ventilator wieder zurückgestellt werden vielleicht nochmal ganz kurz weil ich glaube da wissen auch viele nicht das würde ich auch so ein bisschen als Abschluss machen du hattest vorhin mal ganz kurz so mit AFA und Abschreibungen und sowas also gerade so wenn man jetzt mal in die Trainerrichtung reingeht alles was jetzt die höherwertige Anschaffungen sind da haben wir zum Beispiel sehr teure Trainingsgeräte keine Ahnung ich habe jetzt ein Rack was ich mir jetzt kaufe für was auch immer 1000 Euro einfach nur mal um eine Summe zu nennen dann kann ich das eben nicht voll in den Monat mit reinnehmen das muss ich dann wirklich abschreiben oder auch der Laptop den ich für die Arbeit nutze auch der es sei denn er ist eben unterhalb des 800 Euro bei 2018 also das wurde gerade auch also wenn es teurer ist dann muss ich das eben dann auch abschreiben das muss man dann eben wissen das heißt dann kann ich immer nur das den Teil den 1,36 ist es ganz oft bei drei Jahren genau also nach Monaten bei fünf Jahren das meiste sind eigentlich fünf Jahre dass man so 60 Monate nimmt außer bei Laptops sind seit sechs drei Jahre ein Klavier sind zum Beispiel glaube ich 13 oder noch mehr eine mobile Orgelanlage ich habe letztens geschaut ist 50 Jahre das heißt ein Haus muss man 50 Jahre abschreiben und eine mobile Orgelanlage also Vorsicht also falls jemand für sich mal eine mobile Orgelanlage haben möchte aber man muss es mal wissen dass es sowas gibt dass man 50 Jahre ein halbes Jahrhundert diese mobile Orgelanlage überlegt euch ob ihr mit 40 das noch kauft vielleicht erlebte die Abschreibe das Abschreibeende gar nicht mehr wenn man so 88 Jahre was hast du immer noch denn du musst ja dann immer noch deine Gewerbesteuererklärung machen was hast denn die nach ja ich habe damals eine scheiß Orgel gekauft die haben auch heute noch Geld zwischendurch wieder verkauft dann sind zwar noch mal Einnahmen aber ja schwierig das ist aber auch ganz wichtig also sprich du hast das Rack gekauft schreibst es ab 60 Monate nach zwei Jahren überlegst du dir dass du es verkaufst weil du dir irgendwas Neues kaufst dann hast du natürlich das Problem dass dieses Verkauf dass der Verkauf auch für die Einnahme natürlich ist also das darfst du dann nicht einfach mal so verkaufen und privat weil es ja dann betrieblich ist tatsächlich und du lässt es halt abschreiben und irgendwann wenn es kaputt ist schmeißt es halt weg genau also nach den 60 Monaten könnte es sein dass es einfach so arg benutzt ist dass es einfach kaputt ist und ist es auch abgeschrieben genau und dann kann man es auch aus dem Firmeninventar dann ist es auch da ausschreiben genau also nach fünf Jahren darfst du es dann auch also privat sollte es zumindest dann nicht so passieren privat ihr verschenkt es dann und dafür liegt dann irgendwas anderes richtig ein Dank du hast mich noch gefragt wegen Rechnungen wie die aussehen richtig eine ganz kurze Geschichte weil das auch eine Frage heute war was sind so die wichtigen Dinge die zu bedenken sind wenn ich eine Rechnung stelle genau es gibt Kleinstbetragsrechnungen die sind bis unter 250 Euro die müssen nicht alle Kriterien einer richtigen Rechnung erfüllen aber sobald du über 250 Euro Beträge hast müssen die die nach § 14 Umsatzsteuergesetz alle Voraussetzungen erfüllen ich gucke jetzt mal auch mal kurz ob ich bei dir im Netz bin dann schaue ich mal man könnte es einfach ganz einfach googeln § 14 USTG ah ich bin das jetzt bei dir im Netz wunderbar natürlich ah läuft doch hier so warte das kann man wirklich man kann wirklich googeln § 14 USTG macht Enter da geht schon immer so eine Seite das Gesetze im Internet die ist total schön weil die hat wirklich immer die aktuellen vom Bundesministerium da steht dann § 14 Ausstellung einer Rechnung und dann steht hier auch § 4 äh Absatz 4 eine Rechnung muss folgende Angaben enthalten den vollständigen Namen und die vollständige Anschrift des leistenden Unternehmens und des Leistungsempfängers also sprich ihr und der die Leistung empfängt also dem ihr die Rechnung stellt die dem leistenden Unternehmer vom Finanzamt unterteilte Steuernummer oder die ihm vom Bundesministerium für Steuern enthaltene Umsatzsteuer-Integrationsnummer also eure Steuernummer muss dann drin sein das ist auch ganz wichtig es sei denn ihr seid unter 52 Euro da braucht die Steuernummer nicht zum Glück oder eine Rechnungssumme braucht man dann nicht ich will nichts anderes sagen auf jeden Fall muss man da nicht grundsätzlich macht es natürlich Sinn wenn man es drauf hat ist es immer gut dann macht man nichts falsch genau über die Summe ist es definitiv Pflicht aber wäre es auch echt blöd wenn das dann irgendwo nicht mit drauf steht und dann kommt wirklich mal das Finanzamt genau es geht um die Zugehörigkeit man weiß dass die Person das ist das Finanzamt prüft ja das Finanzamt prüft ja nicht ob eure Einnahmen richtig sind das ist ja dem wurscht egal weil ihr kriegt die Einnahmen ihr gebt die an fertig ist das das Finanzamt prüft eure Ausgaben so und wenn ihr jemanden eine Rechnung stellt da kann der das vielleicht als Betriebsausgabe geltend machen nur als Beispiel und dann gehen die bei dem durch sehen aha da hat also jetzt Katja eine Rechnung gestellt mit der Steuernummer das ist die Person und dann kriegt das Finanzamt von Katja diese Rechnung und zur Prüfung bitte schaut mal das heißt mal Kontrollmitteilung bitte schaut mal ob sie diese Rechnung auch bei ihren Einnahmen drinne hat und dann guckt das Finanzamt speziell nach den Einnahmen der Kontrollmitteilung ob die dritte sind wenn ja alles cool wenn nicht dann nein da geht es um schlicht Ärger deswegen sage ich immer stellt eure Rechnung richtig die kommen dann vielleicht auf euch zurück irgendwann später mal und alle Einnahmen die ihr habt wirklich auch versteuerlich ansetzen spielen kann man bei den Ausgaben die Einnahmen müssen wirklich alle drinne sein und ich denke das war nur auf dem Konto das Geld da war es keine Rechnung wie cool ist das denn na allein das auf Konto reinkam ist ja schon ein Nachweis dass ihr Geld erhalten habt und die Person würde das dann genauso auch gelten machen als Ausgabe gut dann haben wir noch das Ausstellungsdatum ist ganz wichtig also wenn ihr habt das man stellt die Rechnung im Endeffekt ist gar nicht so wichtig aber muss halt stehen eine Fortlaufennummer mit einer oder mehreren Zahlenreihen die zur Identifizierung der Rechnung vom Rechnungsaussteller einmalig vergeben wird man hatte mal die früher gedacht das muss immer fortlaufen also 1, 2, 3, 4, 5 man hat daraus geändert es ist eine Zahlenreihe und es ist zum Beispiel auch heute zum Beispiel das Datum ist 2018 0313 am nächsten Tag ist 2018 0314 es ist also fortlaufend es ist so weit fortlaufend dass wir das ganze Jahr durchgängig so auch die Rechnung stellen könnten wenn ihr wollt ihr müsst also vor allem wenn oft manchmal am Anfang so ein bisschen man weiß nicht genau habe ich schon eine Rechnung gestellt habe ich noch nicht gestellt das war manchmal wirklich sehr sehr kompliziert weil man eben dann Nummer 8 Nummer 9 nochmal Nummer 9 Nummer 9 C und dann hat man dreimal die Nummer 9 und ich bin mir so ach ja ich habe es auf einen anderen Rechner und ich habe es schnell noch gemacht und dazwischen geschoben geht dann auch nicht mehr es war ein riesen Hack und da sage ich immer mach doch einfach das Datum einfach umgedreht die amerikanische Version ist auch aufsteigend ist auch einmalig und wenn ihr noch wenn ihr mehrere Rechnungen am Tag stellt macht da doch einen Bindestrich und eine 1 dahin also 2018 0313-1 oder 0,1 also noch mehr Möglichkeiten könnt ihr 99 Rechnungen am Tag stellen viel Spaß dabei so da wie weit ist das wichtig dass ihr die habt fünftens die Menge und die Art handelsüberschleichung gelieferten Gegenstände oder den Umfang der Art der Leistung zum Beispiel für das Personal Training fertig schon habt ihr es drinnen aber muss eingebracht werden den Zeitpunkt der Lieferung oder sonstige Leistung also wann habt ihr diese Sache getan wann habt ihr diesen dann war das Training oder das Training oder das Training zum Beispiel oder Gesundheitstag oder was auch immer weil es kann ja sein ihr stellt heute die Rechnung über eine Veranstaltung die letzte Woche stattgefunden hat dann muss eben drinstehen okay dann der was weiß ich Vortrag am Dienstag den sowieso genau also macht dann am besten so einen festen Satz den der wirklich immer nur noch ändert am besten so ein bisschen markieren dass ihr seht ah Datum war fett und die Tätigkeit war fett und dann ändere ich die zwei Sachen einmal um dann haben wir natürlich noch die nach Steuersätzen einzelne Steuerbefreiung aufgeschlüsselten Entgelten der Leistung also sprich was ist 7% was 90% steuerbefreit braucht ihr das erste Mal nicht so großartig aber wenn man mehrere Steuersätze hätte am Ende geht es jetzt darum wenn du zum Beispiel jetzt Kleinunternehmer bist also dass du noch unter diese 17.500 fällst dann muss eh dieser Satz dann kommt der Satz dann kommt der Satz dann habt ihr keine Steuern dann kommt der Satz nach Paragraf 19 optiert zur Kleinunternehmerregelung genau und dann muss eben nicht diese 19% drin sein wenn der Satz fehlt dann geht man mehr oder weniger davon aus dass du eben nicht Kleinunternehmer bist sonst ganz normal umsatzsteuerpflichtig und dann steht eben dann entweder drunter dieser Endbetrag enthält 19% Mehrwertsteuer in Höhe von oder es steht dann halt plus 19% und dann gibt es eine Endsumme also je nachdem ob ihr eben die Dienstleistung netto oder brutto ausweist im Endkundenbereich ist es ja meist so dass dann die oder es ist eigentlich immer so dass der Betrag die Umsatzsteuer enthält wenn ihr also sagt hey mein PT kostet 100 Euro dann sind dann die 19% schon drin wenn Firma Firma zu Firma dann ist es häufig so dass eben mit Nettobeträgen gearbeitet wird und dann kommen häufig eben die Umsatzsteuer noch obendrauf bei mir beim Coaching ja auch zum achten Punkt den anzuwenden Steuersatz sowie den auf das Endgeld entfallen Steuerbetrag also ihr müsst beides aufschreiben also auch den Betrag der da reinkommt oder im Falle einer Steuerbefreiung ein Hinweis darauf dass für die Lieferung sonstige Leistungssteuerbefreiung gilt wie zum Beispiel nach § 19 oder ihr seid steuerbefreit nach anderen Sachen wie Lehrtätigkeiten oder sowas wenn ihr zum Beispiel Lehrer seid und macht Sportlehrertätigkeiten da wäre das sogar befreit nach § 4 Nummer 12 20 19 egal man weiß es nicht wo es ist also das Ding ist ich weiß es nicht aber ich weiß wo es steht man muss jetzt nur § 4 Umsatzsteuergesetz gucken und sagen ok welche Nummer war die Nummer für Lehrer zuständig und das ist eben auch so ein bisschen diese Geschichte mit dieser Rentenversicherungspflicht dann weil das ist nämlich so bei diesen Lehrertätigkeiten da muss man dann gucken aber hier kann man sich dann eben auch auf der Rentenstelle auch nochmal beraten lassen wo zählt ihr dann mit rein bin ich jetzt pflichtig muss ich also von meinen Einkünften dann die gesetzliche Rentenversicherung zahlen oder schaffe ich es aus irgendeinem Grund oder wie auch immer was jetzt nun für denjenigen zielführend ist dass ich mich dann eben privat Rentenversicherung jetzt sehe ich gerade dass ich auch was nicht richtig gemacht habe ah ne § 14b Absatz 1 Nummer 5 ok in den Fällen ist § 14b Absatz 1 Satz 5 jetzt weiß ich nicht was § 14b ist es muss aber irgendwas mit ihr unserer Stadt zu tun haben ein Hinweis auf die Aufbewahrungspflicht des Leistungsempfängers also jeder der eine Rechnung wenn ihr Rechnungen bekommt das war jetzt nicht unbedingt in dem Fall aber wenn ihr Rechnungen bekommt habt ihr eine Aufbewahrungspflicht von 10 Jahren das heißt auch nicht einfach gestern habe ich erfahren es gibt Leute die nehmen das scannt das haben es eingescannt und schmeißt es dann weg das ist falsch das ist voll krass das ist also ihr müsst diese Papiersachen wenn ihr die Papiersachen bekommen habt 10 Jahre lang aufbewahren auch wenn ihr sie cool gescannt habt und schon habt im Rechner müsst ihr diese Originalbelege 10 Jahre lang aufbewahren das heißt ich kann jetzt von 2008 kann ich meine Sachen jetzt langsam wegschmeißen so dass ihr das schon mal wisst ist es auf jeden Fall ein bisschen tricky wenn man jetzt nur eine digitale Rechnung bekommen hat es gibt keine Papierrechnung natürlich das ist was anderes aber sollte sie papiermäßig gekommen sein und du machst einen Scan davon ist auch die Papierrechnung bindend ah ok eigentlich hat man immer Hoffnung dass man ein bisschen weniger Papierkram hat ja ich weiß nicht wie oft ich habe der halbe Keller ist voll Lagerraum auch so weil über 10 Jahre sammelt sich da schon etliches an das ist dann schon immer krass ja ich gebe da auch recht aber ich habe auch jetzt gerade noch es war gerade gestern deswegen bin ich gerade aktuell genau auf das Thema aufgekommen na super schmeißt du das einfach weg? ne das nicht aber eigentlich habe ich immer Hoffnung also ich versuche allerdings schon da wo es geht mir wirklich Dinge digital schicken zu lassen deswegen wirklich sage ich hätte gerne die Rechnung wirklich per Mail und speichere mir die dann ab und habe die dann im Programm drin und muss es dann nicht nochmal ausdrucken und abheften und wieder in Ordner füllen genau ich bin das nicht genau andersrum weil ich mache immer gerne alles in Ordner ausgedruckt wenn das Finanzamt kommt zur Steuerprüfung kommt der Hände auf Betriebsprüfung sage ich hier ist mein Ordner aufgrund dieses Ordners habe ich meine Steuerprüfung gemacht man kann nicht sagen hier ist auch meine Festplatte und sowas ich weiß aber nicht was da mit der Festplatte was da noch drauf ist und dann muss ich immer eine Festplatte fertig haben hier ist mein wirklich in der Hand wirklich das ist der Ordner nur auf den habe ich meine Steuererklärung gemacht und dann ist es für mich das abgegeben weg und ich kann weiter meines Lebens gehen hat Vor- und Nachteile wie du sagst das ist natürlich schöner ohne Papier aber ich bin da gleich in der alten Schule die schöne alte die gucken so diesen schönen fetten Ordner und sagen das ist jetzt alles was ich getan habe und weg damit in den Schrank so weißt du das Gefühl so nicht noch was zu haben zu ordnen jetzt kommen noch andere Sachen beauftragte dritte mit Gutschriften das ist aber nicht wichtig das ist nur wenn was Ausnahmefälle ist das sind die Sachen ich fasse zusammen Name Adresse Datum die Steuernummer fortlaufende Rechnungsnummer was ihr gemacht habt wann ihr es gemacht habt wo ihr es gemacht habt also das ist auch ganz so wenn ihr mal ein Ausland sein soll dass ihr nicht in Deutschland wart ja und dann eben den Betrag plus Mehrwertsteuerung und fertig super prima ich glaube es war wahnsinnig viel Input für die die jetzt gerade neu da in dem Thema drin ja das bestimmt alles 5 Mai ist noch an wie gesagt denkt dran das ist jetzt natürlich jetzt keine Steuerberatung in dem Sinne aber ihr habt zumindest schon mal so einen groben Überblick über die die Basic Sachen sodass ihr euch dann da nochmal einen ja so ein bisschen roten Faden habt schaut ruhig in die Shownotes nochmal rein da haben wir das auch nochmal etwas aufgedröselt und nochmal so die wichtigsten Sachen und auch die Paragraten dann nochmal mit reingeschrieben dass ihr da wirklich nochmal nachlesen könnt ja und ansonsten würde ich sagen puh erstmal tief durchatmen schweres trockenes Thema aber muss halt wir kommen da ja alle nicht drum rum ich bedanke mich auf alle Fälle für deine ja für das ganz spontane Herkommen ja gestern Abend gesagt hier unbedingt müssen wir machen und schon bist du da das ist super ja ich war ja wie gesagt gerade erst mal beim Klinikum hier sind wir nachher über Frauenarzt und dazwischen haben wir wunderbar eine Zeit gehabt genau also letztendlich das Kind wird gerade erwartet da hat man etwas da ist alles ein bisschen anders gut lieber Andreas hat Spaß gemacht ich danke mich und wir na wir sehen uns ja sowieso bald stimmt für meine kleine Erklärung tschüss tschüss puh das waren ganz schön viele Informationen du kannst dir die Folge natürlich auch mehrfach anhören weil wir haben natürlich viel Infos hier in eine Stunde hineingepackt ansonsten nur noch mal der Hinweis wie gesagt wenn du Newsletter Abonnent bist dann hast du wahrscheinlich eh in der E-Mail die du bekommen hast zu der Folge schon die PDF Zusammenfassung ich freue mich wenn du die Folge teilst wenn sie dich interessiert wenn du weißt hey derjenige braucht die Infos genauso und ansonsten hören wir uns natürlich in der nächsten Folge ciao bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal